Magst du Gewicht verlieren oder magst du Fett verlieren? Wenn du schnell Gewicht verlieren magst, dann mach am besten nur Kardiogenen, großes Kaloriendefizit und Hungere. Die Folge ist, du wirst keinen Spaß daran haben, dein Stoffwechsel wird heruntergefahren und es ist sehr wahrscheinlich, dass du das verlorene Gewicht wieder in Form von Fett zu dir nimmst. Magst du hingegen Fett verlieren, so mach Krafttraining, geh nur minimal ins Kaloriendefizit, erhöhe deinen Proteinkonsum und hab einfach Spaß an deiner Ernährung. Die Folge ist, weil du Spaß hast, wirst du es einfach gerne machen. Du wirst dich fitter und gesünder fühlen und du wirst einfach konstant Fortschritte machen. Das einzige, was du brauchst, ist ein wenig Geduld.